hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play das stundenglas das war vielleicht eine schwere geburt war eine richtig schwere geburt um auf den greifen stein zu kommen ich war zuerst auf dem eisenstein um also dort wo wir ganz am anfang mal den zauberer getroffen haben die burg ist natürlich weg weil andere zeitsphäre und hab dann gedacht dann kann ich oben vielleicht über den grad des berges irgendwie zum greifen stein nein das ging nicht dann bin ich noch mal unten zur schmiede da ja die ostwand ist total hoch und keine ahnung und ging dann auch nicht dann bin ich dann zum finsterwald zu dieser nebelschlucht habe da versucht irgendwie rüber zu kommen habe dort zumindest den schwarzen stein finden können den wir eigentlich noch suchen aber da gehen wir später hin so und dann bin ich noch mal zurück zur schmiede also dort wo die schmiede in der anderen zeitsphäre ist und habe dann einfach geschrieben kletter hinauf spiel so okay du bist die unüberwindliche ostwand hochgeklettert du bist jetzt auf dem greifen stein sie haben luftige höhen erreicht und der wind pfeift gehörig über den felsgipfel auf dem ein großer flacher steinhaufen aufgeschichtet liegt es sieht fast so aus wie das nest eines riesigen vogels richtung westen gibt es hauptsächlich luft erst 300 meter tiefer liegt eine weiche wiese also dürfte sie kaum weich genug sein wollte man den direkten weg dorthin wählen wenn wir vermeiden auf dem steinhaufen liegt ein großer haufen stroh und reisig dazwischen befinden sich ein halbes dutzend eier aber was für welche da brauchen wir die schalen von grimmwald der greif ist hier auf dem boden liegt ein stück greifen eierschale ja gut dann die das hätten wir gerne da müssen wir gar keine eier kaputt machen wir reden mal mit dem greif greif über die schalen und über wir haben auch so ein bannwort gefunden ich weiß gar nicht was wir von dem greif konkret wollen außer so die schalen okay frage frag greif nach greifen eierschale grimmbart grinst ein seltsames vogelgrinsen niemals wird der tag kommen an dem ich ein stück einer greifen eierschale einem elenden menschenkind aushändige erklärt der bissig verschwinde lieber bevor du mir die laune verdirbst der greif sie erblickt verfinstert sich sein riesiges vogelgesicht du knirscht er ungemütig du bist schon wieder hier er rüttelt seine schwingen es mutet wie eine drohung an ich weiß schon was du willst aber das schlag dir mal aus dem kopf bei mir gibt es keine hilfeleistung weder rundflüge ins gebirge oder sonst welche dinge die du gern hättest hast du noch immer nicht gemerkt dass ich kein lakai bin sie zu wie du dir selbst hilfst und nun lass mich in ruhe rundflüge ins gebirge ich glaube das spiel hat uns jetzt mehr verraten als es eigentlich wollte denn das hat mich jetzt auf eine idee gebracht der kreis scheint ja sehr groß zu sein und wir haben ja noch ein wunderholz oder wunderbaumholz problem in dem anderen gebirge aha okay das macht irgendwie sinn dass wir vielleicht den greifen irgendwie dazu bringen können uns dorthin zu fliegen aber wir haben ja auch ein bannwort sollen wir das jetzt einfach sagen sag und dann aber la ma ha la ma tandra stimmt das jetzt aber la ma ha la ma ma tandra das müsste stimmen bringt das was als grimmball das bahnwort vernimpft entspannen sich schlagartig seine harten übel gelaunten gesichtszüge ein heftiges zittern schüttelt ihn für sekunden dann spricht er plötzlich aus seinen augen maßloses erstaunen wie was stottert er ich verstehe gar nicht wie ich der greif schüttelt den kopf als wolle er sich von einer schlimmen bedrückenden last befreien es dauert noch eine ganze weile bis er wieder ansprechbar ist er wirkt maßlos verwirrt entschuldige ich ich weiß gar nicht was mit mir passiert ist war das vielleicht oh ja jetzt weiß ich das bahnwort du hast das bahnwort ausgesprochen grimmball atmet erleichtert auf was für ein glück endlich bin ich wieder frei er lächelt glücklich wie kann ich dir nur dafür danken ach ja ich glaube du brauchtest etwas greifeneierschale war es nicht so hier nimm grimmball reicht ihnen ein stück der schale grimmball lächelt und sieht maßlos erleichtert aus als hätte er einen gehörigen schub frischer energie erhalten breitet er plötzlich seine schwingen aus und wirft sich mit einem freundschrein die luft er dreht ein paar rasante runden um den gipfel des greifensteins und verschwindet dann in der ferne vor der kulisse des gebirges bald kehrt er wieder zurück und landet mit heftigen flügelschlägen auf dem greifenstein gerade eben bin ich über den gipfel des sackensteinspitze geflogen berichtet grimmball da droben pfeift es ganz schön der wind ich habe gesehen dass der wunderbaum gefällt ist er sieht sie mit einem zusammengekniffenen auge an kann es sein dass du mich diesbezüglich um einen speziellen gefallen bitten willst ja ich habe schon überlegt wie ich das dem spiel jetzt beibringen dass wir das haben wollen aber ja ja das dachte ich mir stellt grimmball fest war ja auch nicht schwer zu erraten also schön dann will ich mal wieder den transport flieger spielen der schreiner wird ohnehin bald zu mir kommen wenn sich herum spricht dass das bahnwort ausgesprochen wurde da kann ich es kann es nicht schaden wenn ich schon mal ein bisschen übe los steig auf meinen rücken du kannst mitfliegen ok ok steig auf den greif kaum sitzen sie wirft sich der mächtige vogel in die luft mit energischen flügelschlägen gewinnt er an höhe immer weiter geht es hinauf bis schließlich das tal unter ihnen so klein wie eine spielzeuglandschaft ist nördlich fliegen die nördlich liegen die gewaltigen von ewigen schnee bedeckten gipfel des zacken steingebirges erst von hier oben kann man die enorme ausmaße richtig abschätzen grimmball fliegt nun mit erstaunlicher geschwindigkeit auf den höchsten gipfel des gebirges zu es dauert keine viertel stunde dann erscheint die südflanke des berges zum greifen nah noch einmal schwingt sich grimmball mit heftigen flügelstegen aufwärts dann liegt plötzlich das kleine gipfel plateau unter der zackenspitze vor ihnen wild rudernd und balancierend landet der greif und faltet sorgsam seine flüge zusammen er blickt sich um ich nehme an ich soll den wunderbaum direkt zum haus des schreiners fliegen oder fragt er ja das also wir müssen ja aus dem wunderbaum ja einen sarg bauen für den toten gräber und da wir das nicht selbst zimmern wollen ist der schreiner glaube ich eine gute wahl der greif breitet seine schwingen aus und springt auf den stammen des gefällten wunderbaumes ohne lange zu fragen schießt sein schnabel schießt sein schnabel vor packt sie am kragen und sie finden sich abermals auf dem rücken des mächtigen vogels wieder dann beginnt grimmball machtvoll mit den flügeln zu schlagen die luft um sie herum wird wie in einem orkan durcheinander gewirbelt aber dann hebt der greif schließlich ab einen rasanten sturzflug schießt er die schneebedeckten hänge und felsabstürze herab es geht über schroffe gipfel messerscharfe gerade und bodenlose schluchten doch schon nach einigen minuten wird unten im tal das haus des schreiners sichtbar halt dich fest ruft grimmball und schon im nächsten moment beginnt der wild zu rudern um den rasanten sturz abzubremsen das haus des schreiners wird größer und größer und rums die landung ist so unsanft dass sie hilflos vom rücken des greifenden runter purzeln grimmball erhebt sich auf seine mächtigen krallen füße breitet die schwingen aus und schüttelt sie einen blick streift sie kurz dann erhebt er sich mit mächtigen flügeschlägen in die luft so wir sind wieder auf der heide und auf dem sicheren boden und wahrscheinlich beim schreiner vor der tür genau hier vor dem haus liegt der stamm des wunderbaums heiei war das ein flug okay dass das das baumstaben problem hat sich damit gelöst dann gehen wir mal nach süden denn dort genau ging es in das haus des schreiners so der schreiner ist da frag schreiner nach sarg was soll ich machen fragt der schreiner irritiert denn sarg er schüttelt den kopf jedoch zum totengräber der hat jede menge davon ähm wie bringen wir ihm das jetzt bei frag schreiner nach wunderbaum darüber wesig nicht meint erasmus kopfschüttelnd warte meint der schreiner hast du wunderbaum holz gesagt da musst du zum krämer gehen der weiß mehr darüber du sollst da draus einen sarg machen also von aus dem holz was vor deinem haus liegt nach stamm fragen weil ja er hat uns mal ganz am anfang zum krämer geschickt um zu fragen wo es diesen wunderbaum überhaupt gibt da hatten wir das schon mal aber nach stamm darüber weiß er auch nichts vielleicht müssen wir auch zuerst zum totengräber und dass er das dann mit dem schreiner klärt weil sein problem war ja zuerst mal dass er das holz nicht bekommt und ich denke mal normalerweise macht der schreiner auch die särge für den totengräber denke ich mal okay karte so wenn wir zum totengräber wollen können wir uns direkt zu seinem haus torbogisieren torbogisieren zwar war das die nummer 8 steck steck so das haus des totengräbers unauffällig ja ja und da lehnt halt auch die alte schaufel die wir haben möchten okay dann war das glaube ich nach norden ins haus genau im haus des totengräbers friedhelm der totengräber ist hier frag friedhelm nach stamm wunderbaum darüber weiß er nichts frag friedhelm nach wunderbaum darüber weiß ich nichts warte mein der totengräber hast du wunderbaum holz gesagt dann musst du zum krämer ja ja ich weiß frag totengräber nach sarg darüber weiß er nichts und wir fragen ihn mal wieder nach der münze so was meine münze willst du ja das ist seine kostbarkeit ich würde sie gerne hergeben so sein herzenswunsch frag totengräber nach herzenswunsch herzenswunsch wie bitte aber das herzenswunsch herzenswunsch wie hatten wir das denn erfahren herzenswunsch 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 ich mir damit nicht erfüllen ach so wir hätten ja sagen müssen mist ich habe es vergeigt ok nochmal frag totengräber nach münze und dann sagen wir ja 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 es ist wichtig für uns verdammt wichtig ja also ich werde ja nicht habgirg erscheinen sagt Friedhelm aber du könntest einen riesigen Gefallen erweisen nämlich ein Sarg aus wunderbaumholz für mich alt bin jetzt nicht herausfinden hm 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 deine fähigkeit schenkt ihnen ein weiteres lächeln du einen solchen baum finden könntest und mir einen Sarg daraus machen lässt ja wir sollen den Sarg daraus machen lassen aber ich weiß nicht wie ich dem Schreiner das beibringen soll also er erwartet den kompletten Sarg ich schicke euch mal eine Mini-Pause und probiere mal ein bisschen rum wie ich dem Schreiner jetzt beibiegen soll dass er diesen verdammten Sarg macht oh drückt mir die Daumen ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020